moin moin liebe leute und herzlich willkommen auf hilos tv einen weitere episode anno 1800 in unserem let's play together format der kleine danny ist natürlich wie immer auch dabei wie immer haben wir es geschafft dass ihr den letzten kampf den dann gerade gegen piraten und alonso graves geführt hat verpasst habt denn die hat ihn so gerade eben überlebt wie man sieht der konto hier ist durchaus stark bestätigt ich hab den komplett verprügelt dennis neue tolle insel wie ihr seht aber mal zurück zu meiner was muss ich jetzt eigentlich hier bauen ich brauche noch ein paar wohnhäuser meine ich bauern oder bauern sind immer gut schon lustig wenn man sich schon die frage stellt was auch nicht eigentlich sollte man sich vorher sollte man sich darüber im klaren sein ja was hab ich denn jetzt hier gemacht scheiße wie immer so das läuft ich bin doch dabei eine neue insel quasi auszubauen ist ja doch einiges zu erledigen bevor man hier an die bürger rankommt leider also an die handwerker die ich ja brauche um hier paprika und so was alles anbauen zu können nicht sehr doof also ich wollte jetzt hier noch brauchen wir noch in die wohnung schon mal wieder schnapp ist ne also das läuft ja meine schiffe sind mittlerweile ziemlich angeschlagen oder hat er mir mal eben 16 tonnen 16 kanonen gespendet dafür ist der boden nicht geeignet von und zu der mich angegriffen hat auch einfach mal hinterrücks könnt ihr mir den eigentlich noch mal eben schnell holen komm das mache ich auch scheiß drauf hab ich jetzt ein schiff verlieren der dreht sich da gerade so doof im kreis ich glaube den kann ich mir noch mal einstellen sowas soll ich jetzt noch machen hier wollte ich gar nichts mehr machen oder ihr euch doch ich brauche noch mehr ich brauche mehr bürger scheiße ich habe keine straße gewohnt haben wir haben nee die insel eines konkurrenten hat einem angriff stand gehalten ohne den spaß des erstieckens denn jetzt schon ausbauen ja geht doch schon sehr schön dann mache ich das auch mal direkt hopfen wir brauchen hopfen ich bin unter hopfen ja wie gesagt die saufen unverschämt viel also das ist echt lächerlich na gucken soo wo ist denn jetzt meine rohstoffe ich brauche noch mal ein bisschen das fehlt an hopfen hier brauchen wir noch mal einen weg hin wo ist der weg hin also irgendwie scheint der typ hier jetzt gerade vor meiner vor meiner festung ein bisschen verliert zu sein kommt als immigrant nicht so drauf klar dass er gerade die klatsche seines universums seines lebens bekomme die klatsche seines universums hier schon alles gesteinigt wie sieht denn hier eigentlich aus dass ich auch wieder eine insel habe wo ich kein hopfen anbauen kann ich kann holz verkaufen ich habe aber auch zu viel irgendwie ich könnte mal irgendwie ein transportschiff gebrauchen weißt du sowas gibt es hier irgendwie gar nicht mehr verkaufen verkaufen hier sind alles ich doch mal mehr arbeitskleidung oder was seid ihr denn so langsam jetzt greift den hier an ihr vögel sie gehören schon fast zur familie habe ich kein verständnis für die drücken sich vor der arbeit was fällt denn hier für kleidung wolle habe ich nicht genug ich habe doch voll viele schäffereien oder nicht kommt hier noch ein der macht aber der mensch alter weiter leute bleibt stark geschafft wo kämpfst du denn direkt vor meiner vor meinem haupthafen da habe ich noch alles gut der geht jetzt unter kommt gibt dir noch eine salbe und tschüss wir haben segel auf deinen hafen gesetzt fischfutter da hat er wieder nie ein schiff verloren da sehe ich da sehe ich leider nichts weil da ist noch folk of war bei mir ein schiff durch die gegend schicken wir mal ein bisschen hier eine stiefel sind durch das ist jetzt mal mit die einsamen selbst abgelenkt und weiß nicht mehr was ich machen würde das muss schon bekommen das ist das ist da 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 nämlich die luftjahr oder was ich einfach ein geschenk bekommen von ihm voll lieb das mitleid wahrscheinlich oder ja ich habe gesehen wie scheiße da nur ganze basis aussieht hier bitteschön er macht damit was du möchtest und ich auch in den Popo schieben da sind die Handwerker ich brauche ein ganzes arbeitskonserven so läuft ich habe auch so ein bisschen den innerlich verloren wie weit ich jetzt hier mit meiner stahlproduktion bin wahrscheinlich auch ganz am anfang so richtig kenne warzgrube jetzt erst mal eine stadt hier ihr lieben freunde ich will mich jetzt aber die linienschiffe produzieren können dann kann ich auch endlich anfangen floschi anzugreifen hey was soll das du sobald ich linienschiffe produziere geht's mir an den Karten noch von warum weil es mir völlig egal ist wie der computer gegner platt gemacht wird es interessiert mich nur dass du nachher im dreck wickst warum bist du so gemein aus gründen die jetzt auch nicht weiter erläutern werden ja wieso reparierst du denn dann nicht ist diese scheiß werft nicht dazu da dass die schiffe repariert werden okay guck warte mal gucken wir uns mal den Hafen hier an ich sehe wo ein Reparatur-Dings Depot Hafenmeisterei wollte ich auch nicht weiter ne anscheinend nicht ist doch da Reparaturkram damn piki was brauche ich denn dafür 25 Stahl willst du mich bearschen oder was zu viele Transporter ok ohne witzige Lagerhäuser muss man denn hier bauen in einem Spiel ey du kannst nachher sogar wenn du Handwerk hast eine Besuchung Giprakeit bauen also dass dann Leute deine Insel besuchen können ja ja du kannst ja glaube ich irgendwie noch so ein Zones und Turd alles bauen ja zu einem Imperium gehören land und mehr land und mehr ich brauche jetzt hier mal ich brauche noch eine verdammte verdammtes Lagerhaus wo soll ich die denn alle hin das Bosenfeuer ausgebrochen was nein kein Feuer verbrenne so steht das kannst du mir noch nicht wünschen wenn ich pass auf erst mal gucken wo es ist ei 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 doch hab ich schon eine Feuerwehr mobilisieren läuft kein Problem Flasche jetzt geh ich unter Kontrolle sehr gut top ich hab bestimmt in kurzen Moment Angst gehabt dass es mir an den Kragen geht aber brauchst du keine Gedanken machen meine Bilanz die läuft doch einfach die läuft einfach wie sieht deine Bilanz denn aus minus 200 also ich kann dir notfalls ein bisschen was leiden ich hab jetzt gerade eine Bilanz was das durchsetzt was holen sie das Geschenk ihres Einwohners ab hast du gehört Fraschi ja ich hab gerade gepollt ich soll jetzt was zu sagen jetzt ist es wieder im positiven ich verstehe das nicht sie schwankt teilweise mega aber meine geht jetzt auch gerade komplett durch die Necke jetzt gerade waren sie bei plus 200 jetzt geht sie wieder ins minus minus 100 150 200 250 300 jetzt geht sie wieder in die andere Richtung 200 150 was ist das? da ist jemand komplett überfordert vom Spiel da ist jemand komplett überfordert vom Spiel oh ich brauche mir einen Bauern ab das Spiel so ok hier wird gelöscht hier wurde gelöscht sehr schön freut mich dann kann ich hier anfangen ein bisschen was leckeres anzubauen das wäre denn was leckeres paar Schweinchen yummy Schweinchen so und dann noch die Wurstfahndern nehmen so ey sag mir nicht alles nach wo baue ich denn jetzt 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 hin ist das eng hier alles so langsam da muss die Produktion da oben jetzt da muss die Produktion da oben jetzt schule ne 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 hier ist die Quarzgrube Fischebruch auch noch mein Gott ey wo war das Fenster Glashütte ein Glashütte ich finde die muss auch schnell noch auf dieser irgendwo hier ich finde die das war schon jetzt auch ist das die Glashütte oh doch 360 Punkte das läuft denn hier werden beobachtet Oh nein jetzt habe ich meine Daumen hoch geschoben doch die kommst du klar oder soll ich dir bei ihm was helfen wenn es doch nur mehr von mir ich brauche noch mehr handwerker ich kann sich immer ein bisschen abbrechen aber so abbrechen abbrechen tun ich brauche mehr arbeitsländer zum upgraden ich hatte gerade so viele schaffsmopeds gebaut nicht allzu viele änderungen erwische ich sie bei besonders guter laune direktor kann nämlich auch mal kurz also stahl ist auf jeden fall schon echt dass kein problem unser schriftsetzer bleibt so lange hier natürlich wissen sie was das immer dieser nervenkitzel wenn alles glatt geht zwei eine sie haben also also wie meinst du das verloren wurde stahl herstellen dass die hochöfen meinst du da habe ich zwei stück du jaja auch aber die produzieren jetzt nicht so schnell gerade irgendwie da musst du ja mal ein bisschen feuer dahinter machen ich wollte doch schon die ganze zeit ich habe schon angedruckt die typen und ihre frauen zu verprügeln aber irgendwie die lassen sich da nicht drauf ein jetzt habe ich die scheiße wäre es sehr oberflächlich sich nach etwas luxus zu sehnen luxus schnappes und pilzbier du bist einer der dinge einmal zu oft hinterfragt mini wie viele bilanz habe ich jetzt immer noch plus ich brauche noch mehr schnapps oder was volles lager im kartoffelhof kann man die steine was habe ich da das ist also was ich mir vorstellen kann nein das habe ich eben was abgerissen und ich weiß nicht was es war ist dass du immer ein paar einbußen vom geld her hast wenn irgendein bedürfnis sind glaube ich bin ganz komplett kann ich mir zu vorstellen meinen magen spielt wie der verrückte ich muss das immer noch nicht mit den leuten verschwenden sie nicht anderer leute zeit oder was meinst du ja klar sicher ich bin jetzt bei 16.000 kohle habe ich noch also bei mir heißt meine bilanz geht gerade in den keller ich bin unter 2000 kurs gesungen also bei mir ist noch alles okay also du ich wollte jetzt nicht beunruhigen ja gut macht es beunruhigt mich auch nicht also mir geht es gut nach wie vor ich bin wohl situiert ich bin jetzt auch schon dabei 2500 plus ja aber auch noch aber noch 70.000 nichts anderes habe ich aber nichts anderes habe ich von dir erwartet also du hast ja schon so große sprüche geklopft da brauche ich auch ein bisschen was sehen wie viele handwerker hast du 560 nein du sollst da stehen bleiben du wusst aber also ein bisschen doof finde ich ja wohl schon weil du musst jetzt auf jeder insel alle bedürfnisse erfüllen ja sogar in keiner höhe das heißt die schule taucht erst als bedürfnis auf der zweiten insel auf sobald die 750 arbeiten bringt ein lager hast du musst deine scheiß insel noch komplett aus also es ist klar es ist deutlich logischer als der vorgänger also das ist ach ich idiot ich kann hier gar keinen getreide anbauen kein brot weil ich hier gar keine fruchtbarkeit auf dieser insel ja das hatte ich auch gerade auf meiner zweiten insel mit kartoffeln ich kann hier gar keine schnaps brennen das heißt ich muss jetzt da musst du halt einfach auf der anderen insel dann noch entsprechend mehr anbauen ja ja und dann musst du da irgendwie diese komischen handelsrouten einrichten das quasi deine automatisch immer hin und her schifft ja läuft bei uns mega also es läuft hammer herzlich willkommen bei hilos tv unser name ist paul gram machen das hier nicht wir machen das hier nicht zum spaß auf keinen fall ist hier bitterer ernst dann kommen hier noch mal die fünf felder hin so es läuft aber trotzdem bei mir flaschen sehr gut bei mir nicht sagt nichts anderes habe ich erwartet ja gut das muss ich jetzt nicht immer wieder erwähnen doch aber du weißt nicht zufällig wie das funktioniert mit viele in sicht mit den schiffen dass die diese runde ja noch nicht da werde ich mich jetzt gleich mit beschäftigen patrouillenroute handelsrouten er ist doch ein freier ach so wenn ich jetzt hier drauf drücke so reparatur dingster bumster is ready auf einer roten gibt es ein problem ok ok das läuft hier oben auch nahrung wird angebaut mehr brot mehr brot und für die welt ich möchte hier jetzt das gespeichert hier war ich schnapps du musst nicht für immer ein insekt sein so wie die anderen ich habe plus bei alonso griff ist auch zwei stück und die kriegen jetzt wissen wir bier 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 da hier von hier nach da so heißt hier muss ich noch mehr kartoffelkissen waren noch mehr kartoffeln die große frage ob wie man quasi also ich würde gerne ein maximum von meiner insel nehmen also ich habe aber eine hauptinsel produziere ich brot dass ich an meine sekundärinsel liefern möchte und ich möchte natürlich nicht diese 80 tonne brote ich auf meine hauptinsel habe alles auf das schiff packen und das dann weg fahr das wäre doof sondern halt sagen okay bis zu diesem level so ja ja anders dort aber gute frage nächste frage ich nicht wissen schlecht nicht weil nicht nicht oder nicht Fünf Tonnen, hier runterladen, annähen. Okay, dann lasse ich das mal raus. Okay, sollte jetzt eigentlich funktionieren. Welches Schiff fährt denn da jetzt? Bist du das? Ja, ja, mein Schiff fährt. Also die Route läuft auf jeden Fall. Nur, ich hab halt noch nicht rausgefunden. Wie ich das letztendlich mache, wenn ich... Halt! Oder kann ich das hier eventuell bestimmen? Achso, man hat wirklich... Achso, man chartert die Schiffe wirklich komplett. Du kannst auch deine eigene benutzen. Aber kannst du den auch zuweisen? Also ich hab jetzt meinem Schiff eine Handelsroute zugewiesen. Die fährt jetzt quasi immer von meiner Hauptinsel zu meiner Sekundärinsel und liefert halt Brot ab. Ja, okay. Machst du... Da hast du dann erst die Handelsstationen... Also du gehst halt mit dem Schiff auf das... Ja, ja, das weiß ich schon. Ja, genau. Und dann lieferst du die beiden Stationen, also gibst du die beiden Stationen an, von welcher Insel du liefern möchtest, zu welcher Insel. Ja. Und dann gibst du an, was du liefern möchtest. Laden soll er hier... Pilzbier. Oh, hab ich schiebt. Nein, 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 nein. Pilzbier. Das hab ich die Route unterbrochen nicht, Idiot. Mach die wieder an. 20... Okay, Route läuft wieder. Läuft! Danach hier. Hier. Entladen. Entladen. Wechseln? Ich glaube ja. Was hab ich dir jetzt gesagt, was bräuchte du da oben? Schnäppis, ne? Schnäppis. Schnäppis. Häuschen. Falsch. Junge, 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 was hab ich denn da schon hergebracht? Wieder da hin. Und da entladen. Ach, Quatsch. Entladen. Junge, 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 was mach ich denn hier? Hä? Wieso geht das nicht? Was hast du gemacht? Ich wollte eigentlich, dass der hier Schnaps lädt auf meiner Hauptinsel, aber das will er wohl nicht, weil ich nicht genug Schnaps im Konto habe. Das kann natürlich sein. Ein Hof ohne Felder? Ja? Dann sagt er dir nein danke. Nein danke, ja bitte, tschüss. Herr Tabur Major. Dann brauche ich hier wohl noch ein paar Schnaps-Brennereien. Spielstand gespeichert. Hm? Gucken wir mal, ne? Die brauchen... Die Produktion braucht wieviel? 33 und die? Nein, dann passt es ja eins zu. Hä? 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 Ah doch, haben wir genau. Haha, es klappt. Oh, ich hab wieder zu wenig Spauern. Ich brauch mehr Bauern. Ich glaub die Handelsroute muss ich nochmal überarbeiten. Mann, das ist doch durch jetzt. Immer mit 15 Tonnen immer mit. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ne, das finde ich, also, da muss es ja eine Möglichkeit geben, das muss ja den Entwicklern aufgefallen sein. Och Junge. Das alles andere totaler Blödsinn wäre. Inwiefern, was denn? Ja, also, wie gesagt, ich kann ja jetzt meinem Schiff, ähm, ich kann jetzt mal einem Schiff sagen, nimm jetzt 15 Tonnen Brot mit, von meiner Hauptinsel zu meiner Sekundärinsel. Ist ja schön und gut. Ja. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel keine 15 Tonnen produziere, dann ist ja immer meine Hauptinsel leer. Ja. Und auf meiner Sekundärinsel, wo ich viel weniger Brot brauche, äh... Alles voll. Alles voll. Alles voll scheiße. Alles voll. Ja. Und das ist ja total sinnfrei, weil, ne, und da muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben, zu sagen, du kannst jetzt, sagen wir mal, alles über 60 Tonnen von der Insel an Brot kannst du mitnehmen. You know it or me? Yes, yes. Wow, was ist das für ein riesen Schiff, ey. Oh, ich habe zu viele Segel, sehe ich gerade. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Oh, scheiße du. Was los, Flosche? Kann ich dir helfen? Ich habe viel zu wenig, äh, Arbeitskräfte hier. Das ist schlecht. Ich gebe den Tipp, du solltest vielleicht mehr bauen. Okay. Okay. Mir fehlen einfach 150. Bauern. Ich brauche mehr Bauern. Ne, warte mal. Hier muss ich jetzt, glaube ich, nochmal einen neuen Marktplatz einziehen. Oh, wie baue ich das jetzt am dummesten? Ich glaube, das muss ich nochmal kurz wegräumen. Auch nochmal. Ne, das bleibt natürlich da stehen, das ist kaputt. So, da kommt hier die Schweinefarm hin. So, hier nochmal ein paar Bauern hin und hier auch nochmal ein paar Bauern hin. Und hier nochmal ein paar Bauern hin. Jetzt haben die da jetzt zu heulen. Ich habe viel durchgemacht. Ich brauche auch Rimmelfischis. Wie viele Fische hast du eigentlich mittlerweile? Also auf meiner Hauptinsel habe ich mittlerweile, äh, vier, fünf glaube ich sogar. Aber es wird auch weniger. Vielleicht freu uns auch ein fünf. Ja, ich baue nochmal einen neuen Hafen. Raph. Ja. Ich baue jetzt gerade den sechsten. Ich baue jetzt gerade den sechsten. Okay. Könnte durchaus gefährlich werden. Ne, dann nicht. Möchte ich nicht. Hä? So. Okay, die laufen. Sehr schön. Dann laufen die gleich auch und dann laufen die auch. Alles klar. Dann kann ich gleich nochmal auf der Rute Seife mitbringen. Ähm. Wo ist meine Rute? Wo ist meine Rute, Floschi? Wo ist Ute die Rute? Dann will ich hier auch nochmal ein bisschen Seife draufpacken. So. Ich baue hier auch nochmal eine kleine Feuerwehr hin. Äh. Drehen. So. Safety first. Safety first. Wie sieht es hier aus? Ja, jetzt ist meine Bilanz auch wieder oben. Wie viel hast du denn jetzt? Äh, eins sechs. Eins sieben. Was war das denn für ein Zahn? Aber du wirst es nicht ahnen. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. 30 Minuten sind wieder dahin gerafft. Dahin gerast. Also ich glaube ich bin auf einem guten Weg. Handelsrouten mal hier so einen kleinen Überblick. Beziehungsweise die zu verstehen. Ein paar Charter Aufträge laufen. Äh, falls ihr noch Tipps für mich habt oder für Danny. Lasst uns gerne ein paar da in Form von Kommentaren oder einen Daumen hoch. Wird uns auch gefallen. Ähm, ansonsten die nächste Folge aus der Sicht von Danny. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.